Servus und hallo zum Vlog hier auf Mabacher TV. Vlog? Was? Warum? Wie? Nun, in diesem Format werde ich euch Geschichten aus meinem Leben erzählen. Geschichten werden immer wahr sein und kaum übertrieben. Wichtig ist, dass aha jede Geschichte. Das stimmt sicher. Und das ist nicht immer lustig. Aber ich schwöre, ja, ihr wisst, wie es geht. Es ist die Wahrheit und nicht, dass es die Wahrheit ist. Außerdem werde ich mir erlauben, globale und regionale wichtige Unwichtigkeiten zu kommentieren. Es ist jetzt nicht so, dass die Welt noch jemanden brauchen würde, der kommentiert. Aber es tun alle. Also warum nicht auch ich? Also wenn ihr jeder auf der Meinung seid, oh mein Gott, bitte nicht noch jemand, der glaubt, dass alles, was aus seinem Mund kommt, von Shakespeare geschrieben und von Mozart vertont wurde, dann kann ich euch beruhigen. Das glaub ich nicht. Wenn ihr aber trotzdem von meiner Zeit wie ich rede, scheiße, dann in die Kommentare. Tut euch keinen Zwangen. Wichtig ist, nur weil ich ein bisschen schöner bin als ihr und im Stehen gehe oder im Sitzen laufe. Jedenfalls, ich liege nie im Gehen. Das ist sicher. Aber ich stehe auch im Sitzen. Ja egal, ihr wisst, wo ich hin will. Gut, also habt keine Scheu, wenn ihr meint, dass ich Blödsinn rede. Kommentare, ok? Lasst alles raus. MabachTV ist ein Ort der freien Meinungsäußerung. Ein Tipp und allein, welche Menschenwürde und Niveau in den Formulierungen wäre ganz nett, aber ich werde es trotzdem nicht löschen. Was noch? Ja, warum mache ich das? Weil ich euch bisher in meinen Videos hier auf MabacherTV schon einen Einblick in mein Leben gewährt habe. Und mit diesem Vlog möchte ich noch eine persönlichere Ebene, eine direktere, eine unvermitteltere Ebene einführen. Ich möchte euch die Möglichkeit geben, dass ihr mir auch Fragen stellt in den Kommentaren oder auf Twitter oder auf Facebook kugelt los. Man findet mich. Ich möchte, dass ihr auch gespürt kriegt, wer ist jetzt Chis & Chipp eigentlich da? Und wenn ich wieder über irgendwelche nicht barrierefreien Gebäude berichte oder eine Travel-Pussy auspacke. Ja, kommt vor. Außerdem, ich habe 290 Abonnenten bereits. Das ist Wahnsinn! Und ich möchte mich bei euch bedanken und ich finde, ihr verdient euch regelmäßigere Videos. Leider bin ich zu faul, deshalb kommen viel zu selten welche. Und mit diesem Vlog, den ich jetzt regelmäßig machen möchte, und jetzt bin ich auch beim Wie, versuche ich das einfacher zu halten. Nur ich und die Kamera. Was sich jetzt beim Aufnehmen jetzt schon herausgestellt hat, dass es doch aufwändig ist. Aber egal. Und ja, ich möchte regelmäßig Videos produzieren. Einmal die Woche. Jeden Freitag. So ab 16 Uhr. Damit ihr, wenn ihr von der Arbeit rausgeht, meine Videos schauen könnt und vielleicht mit einem Lächeln ins Wochenende starten. Ja, das wär's soweit. Nächsten Freitag. Ich glaub, da ist Osterwoche immer. Soll kein Hinweis sein. Aber ein Abo lohnt sicher, um am Laufenden zu bleiben. Und das war's eigentlich für heute. Mein Name ist Martin. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Ciao.